Die Europäische Union, das ist ein Ort, den es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Wo man seine Meinung sagen kann, wo man sein Recht einklagen kann bei unabhängigen Gerichten, wo freie Medien allen politischen Akteurinnen und Akteuren gleichermaßen auf die Finger schauen. Aber vor allen Dingen ein Ort, wo sich sehr unterschiedliche Staaten zusammengetan haben, um Macht abzugeben, um Souveränität zu teilen. Staaten, die jahrhundertelang Kriege gegeneinander geführt haben, die zum Teil aus Diktaturen hervorgegangen sind, so wie wir ja auch. Und die Kinder all dieser Kulturen, die leben miteinander, die lernen miteinander, die lieben miteinander. So etwas gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Das ist wirklich kostbar.